Ja, ja, ja. Ja, ja. Wow. Ja. Willkommen in der Buchstabensuppe. Muss das sein? Ja. Sowohl die Fragen als auch die Buchstaben befinden sich in der Suppe. Eine große Suppe. Na, wie schmeckt die Suppe? Jetzt kannst du dir vorstellen, wie die schmeckt. Ui, da ist was. Schade. Super. Okay, dann stell dir das mal hier her. Es kommt, also ich glaube, es geht nur über Fußgefühl, oder? Wirst du nicht an den Füßen? Nee. Und ich habe gute Füße. Aha. Danke. Jetzt habe ich was halt. Danke. Aha. Jetzt habe ich was halt. Hey. Und einen großen. Danke. Ich habe auch was. Ja. 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 Hey. Unser Letztes. Also, wir haben jetzt alle Fragen raus. Bleibt ganz ruhig. Ich drehe mich jetzt um. Warte mal. Abkürzung des chemischen Elements Eisen. Weißt du das? Da bin mir nicht sicher. Fe. E haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch einen Friedrich. Da. Fe. Wir sind ja hygienisch. Nur mit Besteck. Hauptstadt von Australien. Sydney. Über Sydney geschrieben. Nee, nee, das kann nicht sein. Dann ist es Melbourne. Mel-B. Schreibt man das mit U, oder? Melbourne? Nee, U, glaube ich. Melbourne. Okay, dann machen wir. Melbourne. Melbourne. Das ist ja, glaube ich, die Hauptstadt von Sydney. Das stimmt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Legs mal zusammen. Machen wir später. Äh, von Australien? Klassisches französisches Geflügelgericht in Rotwein. Boah. Cock. Oder? Wie heißt H noch französisch? Keine Ahnung. Ja, machen wir jetzt nichts. Eine der drei Grundfarben. Rot. Eukalyptus fressendes Beuteltier Australiens. Koala, oder? Koala-Bär. Mit O, oder? K-O. Wo ist dein O? Ich glaube, irgendwas war da falsch, oder? Nee, nee. Koala. Da ist ein Wurm drin, Mensch, Kinder. Einer. 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 Ah, jetzt. Oh, ah. Ja, das muss stimmen. Verwandlung. Wurde von welchem Autor Nachname geschrieben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir sind nicht so die großen Leser der Heinz und ich. Nehmen wir einfach Goethe. Wir probieren es einfach. Ja, Goethe wird uns das nie verzeihen, glaube ich. Der Louvre befindet sich in welcher Stadt? Gibt's das? Jetzt ist die Zeit um und wir sind noch nicht fertig. Aber hey, guck mal hier. Aber schlägt es immer nicht, oder? Wir haben es versucht, aber die anderen werden uns auslachen.